Neun Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Störungen. Ja, was zur Hölle sind Störungen? Warum sind die irgendwie interessant für euch? Ihr wollt doch einfach nur Bits von A nach B übertragen. Ja, es kann dabei leider passieren, dass euch ein paar Bits flöten gehen. Das ist nicht so toll, wenn die mal Tschüss sagen, aber es kann durchaus vorkommen. Wann? Ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier bei unserem NRZI so als kleines Beispiel. So, es gibt nämlich sogenanntes Rauschen auf der Leitung. Und Rauschen, wie passiert das Ganze? Naja, sagen wir mal, wir gucken uns einfach mal die Temperatur an. Es rauscht tatsächlich abhängig von der Temperatur. Je wärmer es ist, desto schlimmer ist das Rauschen. Da gibt es sogar eine Formel dafür. Die schreibe ich euch mal ganz kurz hierher, wenn es denn funktionieren würde. Und zwar haben wir ein konstantes Rauschen von 1,38 mal 10 hoch minus 23 mal die Temperatur in Kelvin. Das ist sogenanntes Grundrauschen und zwar in Watt pro Hertz. Das hier ist die Boltzmannsche Konstante, müsst ihr euch aber alles nicht merken. Keine Sorge, ich lösche das auch gleich wieder. Ich wollte euch nur zeigen, dass das überall auftritt. Und es ist nicht möglich, das irgendwie rauszukriegen. Das heißt, ihr habt immer so ein bisschen Grundrauschen drauf. Das sieht dann ungefähr so aus. Okay, nicht ganz so extrem, aber ganz leicht. So sozusagen immer so, ja gut, dass das Smooth das Ganze so ein bisschen. Und dann geht es hier plötzlich hoch und dann fängt es hier so an. Und ja, wenn es jetzt nicht alles so Smooth werden würde, könnte man das auch super erkennen. Also es kann mal passieren, dass wir hier einfach so ein bisschen Rauschen drauf haben. Das ist dann einfach so eine Zickzackkurve. So, eigentlich sollte es so aussehen, aber wie gesagt, wir sind im analogen Bereich oder einfach generell im Rauschbereich und deswegen, ja, haben wir eine Störung. Das lässt sich aber eigentlich ganz gut noch ausbügeln, denn die ist ja nicht so extrem, dass wir plötzlich eine 0 für eine 1 halten würden und eine 1 für eine 0, sondern sie ist nur ganz leicht. Also man kann schon noch unterscheiden, was eine 1 und eine 0 ist. Schwierig wird es jetzt allerdings, wenn wir zum Beispiel noch Modulationsrauschen oder Crosstalk oder Impulsrauschen haben. Impulsrauschen ist ganz brutal, denn, sagen wir mal, es schlägt ein Blitz irgendwo ein oder, keine Ahnung, es könnte auch was anderes sein, was nicht so extrem ist. Einfach irgendeine elektromagnetische Störung, die einmal kurz auf unserer Leitung drauf ist. Kurz heißt in dem Fall so 0,2 Sekunden vielleicht. Aber 0,2 Sekunden beeinflusst echt viele eurer Bits. Ihr könnt es ganz gerne mal ausrechnen. Wir haben eine Datenrate von 100 Megabit die Sekunde und das heißt, wir brauchen das Ganze hier 100 Kilo Megabit. Das heißt, wir sind hier bei 100 Millionen Bits die Sekunde und jetzt ist da so eine Störung für vielleicht 0,1 Sekunde. Das ist schon fast eine lange Störung, aber trotzdem, ja, wir können auch 0,01 machen. Es beeinflusst immer noch eine Million Bits. Das ist echt verdammt viel. Ja, kann man auch im Kopf rechnen, wenn man cool ist. Ich war gerade nicht cool. Aber ihr seht, es ist schon eine krasse Störung. Und so eine Störung, zum Beispiel durch einen Blitz oder wie gesagt irgendwas anderes, macht dann tatsächlich das komplette Paket kaputt. Das heißt, wir haben hier, ups, nein, nicht sowas. Ich will meinen Stift wieder. Wir haben sowas da rumfahren. Also wirklich einmal komplett über eure Leitung drüber. Da bleibt nichts mehr gleich. Manches kann gleich bleiben. Das ist dann aber wirklich zufällig. Und das macht alles kaputt. Und deswegen brauchen wir die Sicherungsschicht, die wir dann beim nächsten Mal, ähm, anfangen, äh, noch nicht beim nächsten Mal, aber die wir demnächst anfangen werden. So, ähm, ja, was wir haben, ist auch noch eine Dämpfung des Signals. Das heißt, wir haben nicht hier so eine starke Eins konstant durch, sondern wenn wir mal so ein paar hundert Meter weg sind vom Haus oder von der Station, die gesendet hat, dann wird es schon langsam kritisch. Wir brauchen regelmäßig einen sogenannten Repeater in unserer, in unserer Nähe. Ihr kennt es von eurem WiFi-Signal oder eurem WLAN-Signal. Ähm, das Ding ist gut, wenn ihr ganz nah dran seid. Aber je weiter weg ihr kommt, desto mehr Daten gehen euch flöten durch die sogenannte Dämpfung. Weil einfach das Signal nicht mehr stark genug ist und das Signal einfach dann auch flöten geht. Das heißt, es kann nicht mehr erkannt werden, ob das jetzt ein Eins oder ein Null ist, denn es ist vielleicht einfach genau bei 0,5 oder genau bei sowas hier. Und das muss man natürlich alles behandeln. Das passiert auch auf Schicht 2 dann. Um diese Fehler zu behandeln. Aber was man auf Schicht 1 dafür tun kann, sind sogenannte Repeater. Repeater fangen einfach das Signal wieder auf. Ja, die gibt es auch im Kabel. Ähm, die fangen das Signal wieder auf und senden es mit voller Stärke nochmal neu. Das heißt, das Signal, was vielleicht hier ankam, so leicht schon geschwächelt oder vielleicht sogar schon fast bei 0,5 unten, also hier irgendwo, das wird dann durch den Repeater wieder vollkommen stark auf 1 losgesendet. Und das macht natürlich dann euren Empfang besser und ihr könnt weiter weg auch noch das Ding empfangen. Okay, ähm, ja, was ist Crosstalk? Crosstalk habe ich auch noch erläutert, beziehungsweise erwähnt vorhin. Ähm, Crosstalk ist, wenn ich zwei Kabel koppel, das heißt, ich habe Kabel 1 und Kabel 2 und die liegen relativ nah, ich mache das zweite Kabel gleich mal andersfarbig, die liegen relativ nah aneinander, so, ähm, dann strahlen die immer so ein bisschen, also nicht atomar oder halt nicht, äh, radioaktive Strahlung, sondern sie strahlen im Sinne von elektromagnetische Wellen ganz leicht. Und, ähm, wenn die sich gegenseitig überlagern, so drumrum, dann kann es auch mal passieren, dass einige der Bits von diesem Kanal auf diesen Kanal übertragen werden und was dann passiert, ist tatsächlich sehr, sehr witzig, das gibt es tatsächlich auch, ähm, dass man plötzlich einfach eine andere Person sprechen hört. Das kann vorkommen, nennt sich wie gesagt Crosstalk, aber ist mittlerweile relativ selten, weil wir uns darum gekümmert haben. Okay, ähm, das sind Störungen und wie gesagt, erste Maßnahme, ähm, ist einfach mal, ich baue einen Repeater ein und die zweite Maßnahme ist eine Sicherungsschicht, das heißt, die zweite Schicht und da kann man dann so Sachen machen, wie Checksummen und all den ganzen schönen Gedöns, den man da machen kann, um ebenso Bitfehler wieder rauszufinden. Okay, das war's von meiner Seite, schon wieder, ich hoffe, es hat euch mal gefallen, war wieder mal ein kurzer Einschub, aber ich denke, der war trotzdem sehr, sehr relevant und ja, wir hören uns in dem nächsten Video. Bis dann, ciao!